Made in China ist für uns als allererstes mal eine Herkunftsbezeichnung. Von der Produktqualität ist es egal ob Made in China oder Made in Germany, wir sprechen von Made by Gemü. Bei Gemü verfolgen wir eine globale Produkt- und Produktionsstrategie. Das heißt für uns, wir produzieren weltweit nach den gleich hohen Anforderungen, die von unseren Kunden oder von externen Armen und Vorschriften vorgegeben werden. Neu ist, dass wir die Bearbeitung der Klappen, Körper und Scheiben in unser Produktionsnetzwerk aufgenommen haben. Das Besondere hierbei ist das speziell von Gemü entwickelte Fertigungs- und Spannkonzept. Damit erreichen wir exakte Formen- und Lagetoleranzen für unsere Absperrklappe. Durch die eigene Bearbeitung nehmen wir jetzt deutlich mehr Einfluss auf unsere Produktqualität. Mit dieser neuen im Haus befindlichen Technologie liefern wir unseren Kunden nicht nur eine noch höhere Qualität, sondern haben jetzt auch alle Möglichkeiten flexibel auf unterschiedlichste Kundenwünsche zu reagieren. Das absolute Highlight ist natürlich die vollautomatisierte Beschichtungsanlage, welche in der Form sicherlich ein Benchmark in der Branche darstellt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020